Willkommen zurück zu Mario 64 und weiter geht es. Ich weiß jetzt hier leider noch nicht wie es weiter geht, deswegen gucken wir mal was wir noch für Level haben. Aber das hier ist die vorerst vorletzte Folge, denn ich möchte gerne mit einem neuen Projekt anfangen und ich habe ja genügend Sterne um... Oh verdammt, ich habe ja genügend Sterne um zu Bowser zu kommen. Um zu Bowser zu kommen, genau. Oh Mann! So, dann drehen wir. Oh verdammt, das hat nicht funktioniert. Ah, das hat funktioniert. Ah, ich muss da rüber. Dann gehen wir halt da rüber. So, wo komme ich jetzt hier rauf? Da. Da komme ich rauf. Das ist wunderbar. Ne, also wie gesagt, ich habe jetzt noch ein anderes Projekt, was ich dann starten möchte und ähm... Da komme ich doch nicht rüber, oder? Oh. Ähm. Moment. Moment. Kommt man hier irgendwo rein? Nein, hier kommt man nirgendwo rein. Okay, machen wir es halt so. Na, komm. Na, komm. Da ist eine Blase gerade geplatzt. Okay. Wir speichern hier einmal. In der Hoffnung, dass wir hier nach oben kommen. Okay, damit kommen wir schon mal nicht nach oben. Okay. Halt, wartet mal. Alter. Okay, ich glaube, mich hier an zu erinnern, dass man hier vielleicht lang muss. Oh, hier hoch. Okay, wir machen es jetzt hier ganz kurz. Wo muss ich denn hoch? Oh. Da ist ein Rotter Stern. Komme ich da irgendwie hoch? So, hier, hier ist der Weg, glaube ich. Nein. So. Das ist ein Witz. Ich schaffe den einfachsten Sprung nicht. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier. Hier. Ach, da geht's weiter. Hier geht's weiter. Nein. Hier hoch. Hier hoch. So, und hier weiter. Okay. Hier schnell speichern. Oh, nein. Okay. Hier speichern. Oh, oh. Jawohl. Alter Verwalter. Das war knapp. Und wir gehen nochmal rein. Bodenlose Grube. Ach, du meine Güte. Okay, wo komme ich da hin? Okay, hier komme ich hin. Oh. Oh. Hier muss ich hoch. Hier muss ich hoch. Alter. Nein, 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 nein. Okay. So, hier haben wir es. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Die grüne Blase. Okay. Hier kommt irgendwo eine grüne Blase. Ist das die falsche? Ist das auch die falsche? Das hinten ist auch die falsche. Hier muss irgendwo vorne eine kommen. Wackel, wackel, wackel. Hier muss doch irgendwo eine Blase kommen. Jeder kommt hier schon zum zweiten Mal. Halt, wartet mal. Die kam jetzt schon lange nicht mehr. Das heißt, hier kommen die Säule ganz langsam hoch. So, wartet mal. Wir gucken mal ganz kurz nach oben. Okay, hier. Wir gucken hier nochmal hoch. Also irgendwo hier. Okay. Gucken nochmal. Ich speicher. Wartet. Wir gucken hier nochmal. Ja, hier irgendwo. Hier irgendwo. Hier irgendwo muss die Blase kommen. Wissi. 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 Wo ist sie? Da ist sie. Hier kommt sie raus. Okay, dann nehmen wir Altida. Ach, komm, wisst ihr was? Wir gucken, was da hinten im Portal ist. Ich glaube, das ist am einfachsten. Oh, super. Oh, super. Hm. So. Ah. Nein. Äh, what? Ah, jetzt sind wir in der Zeit zurückgereist. Okay. Wir sind jetzt in der Zeit zurückgereist. Das soll hier also ein bisschen an Ocarina of Time ändern. Ist natürlich auch nice. So. Jetzt sind wir wieder in der Zukunft. Okay, da kann man nicht hochklettern. Ha. Hier lang. Ah. Kann ich da runter? Ich, ich. Für die Wissenschaft. Oh. Okay, der wäre ein normaler Weg gewesen. Hä? Schön erwischt. So, was haben wir hier? Oh, wir haben eine Brücke. Okay, das ist natürlich auch nice. Okay. Wir müssen jetzt da rüber. Oh, toll. Super. Super. Komm. Okay. Wir müssen jetzt hier hoch. Und hier lang. Und damit haben wir es geschafft. Yeah, Leute. Wir danken mich ganz herzlich und sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.